Der Schafschütze, von dem Russland sagte, wir hätten ihn getötet, tauchte auf. Kein einziger Kratzer. In den ersten Tagen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sprach er sich gegenüber deutschen Medien aus, indem er die getöteten Vorwürfe über den kanadischen Schafschützen mit dem Codenamen Wali zurückwies, der von Kanada aus in die Region gekommen war, um die ukrainische Armee zu unterstützen, und bekannt ist als der tödlichste Schafschütze der Welt. Er äußerte sich sehr deutlich zu den Vorwürfen gegen den 40-jährigen Mann mit dem Spitznamen, Wali, der von Kanada in die Ukraine geflogen war, um die Ukrainer in dem am 24. Februar begonnenen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu unterstützen und freiwillig gegen die Ukraine kämpfte russische Streitkräfte. Wali, von dem Russland sagt, wir haben ihn getötet, sprach mit Bild, einer der meistgelesenen Boulevardzeitungen Deutschlands. Wali sagte, dass er bei guter Gesundheit sei und noch lebe, und fügte hinzu, es gibt keinen einzigen Kratzer. Ich bin ein guter Soldat, ein guter Schafschütze, aber es gibt andere wie mich, sagte er. Der Kanadier, der sagte, er habe auch im Afghanistan-Krieg und im Irak gegen ISIS gekämpft, und der mit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges von Quebec nach Polen ging und von dort in den Krieg zog, sagte, dass die Vorwürfe, er sei gestorben, Mario Pol hat nicht die Wahrheit wiedergespiegelt. Wali sagte, die Zusammenstöße sind sehr hart, nicht einmal ein Kratzer, aber es war knapp. Das zeigt mir, wie der Zweite Weltkrieg war. Auf der Straße wird weiter gekämpft, es gibt viel Gewalt. Wir überwinden den Tod jeden Tag. In Hollywood-Filmen sehen Schafschützen riesig und wichtig aus, aber im Kampf fühlt man sich winzig, sagte er. Es gibt Explosionen, Granaten, Waffen, aber auch Panzer, Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge in der Region, erklärte Wali den deutschen Medien die Situation in der Region. Ein Drittel unserer Arbeit besteht darin, zu überleben. Die Russen wollen alles zerstören. Sie setzen großkalibrige Waffen ein und reißen Mauern ein, sagte er. Bekannt als, der tödlichste Scharfschütze der Welt, sagte Wali, ich schieße, um den Feind fernzuhalten. Meine Aufgabe ist es zu überleben, zu reagieren und zu warten. Ich schaue zu, bevor ich eine Person treffe, die in mein Ziel eindringt. Denn diese Person könnte auch ein Zivilist sein, sagte er. Wali sagte, dass russische Soldaten auf alles geschossen hätten. Aber nun geschossen sind sie zu paradoxen, dass sie ein Zivilisten werden und sie Leute zurückhältiniere. Wali gesagt, dass die Zivilisten sind das Zivilisten. Why?